Jo, was geht ab, Leute? Euer LZ Player. Hier jetzt schon kommt es zu einem neuen Part 2 LZ Player zu First Tartalker 2015. Wir machen weiter im Manager-Modus und wir spielen gegen VAR Real auswärts. So, da bin ich auch wieder, Leute. Ich musste kurz weg. Also, ich muss meinen Brüdern greifen, weil die mich nerven. Und jetzt geht es weiter hier. Auswärts gegen VAR Real. Im Estadio de la Keramica und die Regen, es geht schon sehr gut los, Bale. Ja, hätte auch einfach gut losgehen können. Aber jetzt haben wir auch schon die Carola ja bei VAR Real seit 18, 19. Und da sahen wir jetzt schon. Und ich hätte nicht mehr was trinken. Und ich hätte nicht mehr was trinken. Und ich hätte nicht mehr was trinken. Moreno. Das war rad. Und so stellt der Moreno. Such hat das gehen. 90 Spiele-Minute. Gerard Moreno macht ihn hier rein. 1 0 wer real schade genau so dass ich mir das nicht vorgestellt wenn sie mal den ball an die lacht wenn sie mal ja einfach nur weltklasse und ja ich würde dann machen so dass ich nach der hälfte saison jetzt stehe 19 werde ich dann wieder tue und er freundlich hat aber was mit runden weil wir haben es hat ihn wieder haben es verliebt ihn wieder marcelo bale haben es mit der schuss chancen nicht schlecht da ist isco aber da kommt nicht hin oder die rolle poko e kambi wo der liga schmierer des monats isco da steht keiner wirklich voran wenn sie mal mit dem kopf wenn sie mal da ist doch die lange und wir können doch noch 2-1 und das ist einfach nur perfekt das war das Karim Benzema versucht Benzema 3-1 Hetzel Karim Benzema in der erste Hälfte wunderbarer Treffer Bale Bale und der Torwart natürlich zur Stelle und Eke Isco auf Hasar mit dem Kopf und der Verteidiger auf der Linie da steht kaum jemand da steht kaum jemand Backer Backer vor Benzema Waran wieder steht da kaum jemand Karola Benzema noch knapper geht's nicht Ramos Bale auf Hasar aber leider auch nicht getroffen schade 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 Modric Hazar Eden Hazar schönes Ding 4-1 Kurs vor der Halbzeit, Eden Hazard macht ihn rein, 4-1. Einfach nur urschön. Bale, können wir noch ein fünftes Nachliegen vor der Halbzeit, Bale. Gegen Albiol, Bale. Bale, ja, da können wir. 5-1. Und Villarreal. Sieht so aus, als würden sie wieder eine Klatsche kassieren, aber gut, das ist halt Villarreal, Leute. Obwohl, man kennt ihn gar nicht so. Benzema hat er leider nicht auf Wälder gekommen, Eden Hazard auch nicht. Wacker, Marcelo. Benzema hat er. Varane kommt nicht hin, Bacca, da ist Edjo Ramos. Vorteil, dass Santi Casola kurz vor der Stelle und Freischuss, was mir auch Vorteil gab. Varane Bale, jetzt hat er die Chance, er hatte die Chance, aber schafft es nicht. Mario Gaspar, Ramos zur Stelle. Nisko, Bale, Bale erneut, Bale. Bale ist gegen Albiol. Gareth Bale, jetzt, Lupa, 6-1. Und was zum Teufel passiert, bitte, hier mit dem FC Villarreal. Hazard, Haza, Afe, siegt Nackenpass, Eden Hazard. Da ist er, das Bale. Hazard aus der Drehung, 7-1, Real Madrid. Das kam nur, ein Real Madrid, wieder Hazard. Eden Hazard. Er sagt, wir haben eben, Hazard. Zwei Treffer heute, das können Sie immer, kann er den Vierten machen? Nein. Und Bild ist auch ausgetauscht gegen Mariano Diaz. Und Lucas Vazquez kommt rein für Bale. Zwei neue Spieler, war Rana, da ist er doch, Lucas Vazquez. Kann den Ball nicht trennen von Jaume, da ist er jetzt, Lucas Vazquez. Vazquez! Der Youngster, versucht ihn, dass Mariano Diaz, den macht er mit dem Lupfer, 8-1. Der Real kriegt im eigenen Hause gezeigt, wer hier der eigentliche Mann ist. Und es ist Real Madrid Mariano! Und Vazquez immer fleißleiter Gottes. 78. Minute Real, könnte noch zwei machen und dann wäre es auch komplett um für Villarreal. Und dann ist es auch so schon, um 8-1 ist... Ja, was solltest du da sagen, Mariano. Was ist Mariano? Das hast du was? Käse, und das hast du 9 zu denken. 9-1, Real Madrid. Unfassbar. Und... Ist noch Zeit da, Ben... Bonera. Iden Hazard vorbei. Auch der Tor hat den, Isco. Auf James. Moreno. Mariano alleine durch, Mariano trifft ihn nicht. Wird es noch was mit der Nummer 10 oder nicht? Nein, es wird nichts. 9-1. Reano trifft. Alter. the знаю obstant Lee 2020 2021 2021 2021 2021